So, liebe Leute, da sind wir. Nachbericht. Also, des sechsten Spieltages. Nach sieben Spieltagen, das wisst ihr ja, dann ziehe ich ja so mein erstes Fazit. Und das ist das nächste Auswärtsspiel. Gegen, wenn mich nicht alles täuscht, spielen wir jetzt auswärts. Gegen, äh, Aue kann es glaube ich sein, ne? Aue? War das nicht Aue sogar? Ne, Bremen. Uiuiui, wird auch nicht einfach, ne? Wird auch nicht einfach. Haben wir schon ordentliche Erfahrungen gemacht. Ja, man sieht halt, Agnogam war der beste Spieler. Den mussten wir aber rausnehmen, er muss fit bleiben. Er hat nur noch eine 87, was die Frische angeht. Aber man kann fast nicht auf ihn verzichten, das stellt man halt eben fest. In der zweiten Halbzeit wurden wir dann fahrig. Hier fehlt sogar das 1 zu 2, wird gar nicht angezeigt. Naja, macht nix. Wir sind stabil auf dem zehnten Platz, das ist in Ordnung. Für unsere Verhältnisse gar nicht so schlecht. Ähm, ansonsten, schau mal mal, bei Hamlet weiß ich, wie es ausgeht. Beim Fußball habe ich keine Ahnung. Ja, es ist ja schön, dass es so spannend bleibt, ne? Es ist ja toll, dass wir auch, äh, äh, ja, wir sind drin, wir sammeln Punkte. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also so schlecht läuft es jetzt nicht. Natürlich haben wir bisher noch keinen Auswärtssieg oder noch keinen Auswärtspunkt erzielen können. Ich bin aber guter Dinge, dass es heute soweit sein wird. Ähm, freue ich mich schon auf das Spiel gegen Bremen. Das wird spaßig, da schauen wir uns mal an, wie das läuft. Letztes Jahr waren wir besser, aber auch, auch Personal waren wir stärker. Aber gut, wir mussten auch ein bisschen Adern lassen. Wir müssen auch weiter schauen, dass wir uns perspektivisch ausstellen und deswegen auch die jungen Kräfte, ne? Ganz wichtig. So, in Ordnung. Wie gesagt, Werder Bremen ist ein richtig heißer Gegner. Ihr seht, die stehen auf Platz 4, also da haben wir den nächsten Hochkaräter, der uns bevorsteht. Das wird nicht einfach. Boah, wird schwer, ihr seht's. Also, Wirt fällt aus, Knöchelprellung, zwei Tage, aber das hat er schnell wieder am Start. Ryan DeVries, wir gewinnen, 1 zu 5, das ist doch ordentlich, Mensch. Gegen Kropp, 1 zu 5, Ryan DeVries hier mit einer Glanzleistung, tippitoppi. Ansprache leider fehlgeschlagen. Robin Himmelmann bleibt bei seinem Verein, den konnten wir nicht verpflichten. Auch nicht verkehrt. Hab ja eh keine große Stärke in den gesehen, hab das nur aufgrund der Scout-Empfehlung mal gemacht. Wir können aber trotzdem mal in die Scout-Berichte reinschauen, das können wir ja zur Regelmäßigkeit werden lassen. Da sehen wir noch den Borchert von Nürnberg. Stürmer, 19. Ganz interessante Personal hier mit 19. Dreieinhalb Sterne. Ordentlicher Marktwert, günstiges Gehalt, Distanzschütze, Schusskraft, Beweglichkeit, taktisches Verständnis. Freistöße auch schon der 66. Ich nehme ihn mal ins Blickfeld, wir beobachten ihn mal weiterhin. Wir haben momentan nämlich noch Spieler am Start, die wir fördern wollen. Was hatte der eine 69? Ne, keine 69. Eine 63, ja. Ja, ihr seht Akto Gane, er hat so ein bisschen seine liebe Not zur Zeit. Klamit konnten mal diesmal nicht extrem gut einbinden, aber das ist nicht so schlimm. Da kommt er auch wieder ran. Wollte eigentlich, hätten wir das 2 zu 0 weiterführen lassen oder wären wir weiter in Führung geblieben. Nach 70 Minuten hätte ich ja noch heute Dosson oder im letzten Spiel Dosson und Kulka die Chance gegeben. Vielleicht auch sogar an die Gent, die nochmal in Einsatzzeiten spendiert. Aber ihr seht, das war leider nicht drin. Wir müssen mal schauen. Wie gesagt, Bremen ist nicht gerade einfach zu schlagen. Wir spielen aber weiterhin so wie bisher. Aber mit Abseitsfalle, nee, mit Konterspielen. Das läuft nämlich gar nicht so schlecht mit den Kontern. Ansonsten in den Nachrichten haben wir noch was drin. Kolb ist über Interesse verärgert von Borchert. Ja, da musst du durch, Digga. Das gehört dazu. Konkurrenz belebt das Geschäft. Und da muss auch weiter natürlich dran gearbeitet werden, dass wir das hochhalten, ne. Dass wir viele junge Spieler reinbringen. Aber wir haben momentan einen recht jungen Kader, ne. Da brauchen wir jetzt auch nichts erzwingen. Ah, schön, das können wir jetzt mal nutzen. Je nachdem, wer Einsatzzeiten hat, jetzt wahrscheinlich wieder Nationalspieler. Wir gucken mal gleich mal rein, wer da wieder unterwegs ist. Also Länderspielpause. Hoffentlich nicht so belastend, gerade für Akdogan. Den brauchen wir weiterhin topfit, ne, in unseren Reihen. Da sehen wir es. Akdogan hat wieder gespielt. Zwei Tore gemacht. Gegen Luxemburg. Ja gut, das bringt ihn zumindest, bringt ihn das Erfahrung ohne Ende, ne. Kann man ja nur gut heißen, wenn er da eine 2,5 hat und regelmäßig jetzt auch Nationaleinsatzzeiten hat. Da müssten wir uns das mal anschauen. Aber wirklich zur, wir schauen mal ganz kurz, 20. Zur Europameisterschaft fährt. Das wäre natürlich toll, ne, wenn er da Einsatzzeiten bekommt. Michalski fällt aus, Adduktorenzehrung in Ordnung. Ansonsten Brandenburger, Trainingsziel erreicht. Und der fällt auch aus, neun Tage, der Tobi. Jetzt haben sie alle so ihre liebe Not, ne. Da haben wir jetzt ordentlich Probleme. Heidewitzka. Heiße Angelegenheit zur Zeit. Es wird schwierig, je nachdem. Aber das war ja klar vor der Saison, ne. Und natürlich bei der Vorbereitung konnten wir jetzt nicht die hochkarätigen Personalverpflichtigungen tätigen, wo wir jetzt sagen würden, oh, da können wir ohne Sorgen. Da haben wir es. Qualifizierte Teams. Sind die Türken dabei? Oh, sie haben es nicht geschafft. Och Mensch, Akdogan. Schade, hat nicht gereicht. So haben wir trotzdem jetzt die... Die Europameisterschaft, ne, die Auslosung. Schauen wir mal, wir machen das Ganze mal schnell, oder? Packen die Töpfe mal zusammen. Deutschland, Frankreich, Schweiz, Serbien. Ist, denke ich mal, gut machbar für die Deutschen. Kämpfe natürlich hier mit Frankreich um den Gruppensieg. Gruppe B, England, Russland, Rumänien, Polen. Da, das weiß man halt nicht genau, ne. Wer hat jetzt hier Topform, etc. England hier Vorfeld, vom Namen her der Favorit. Aber das hat sich ja auch in den letzten Jahren mehr oder weniger erledigt, ne. Die haben schon lange nichts Großes mehr hervorgebracht, was die Wettbewerbe angeht, aber auch was Nationalspieler angeht. Für so ein großes Fußballland eigentlich unverständlich. Gruppe C, Spanien, Holland, Kroatien, Slowenien. Hier ist, denke ich mal, klar, Spanien, Holland die beiden Top-Favoriten. Aber Kroatien, unangenehmer Gegner. Und immer für eine Überraschung gut, wenn sie in ihrer Form sind. Ansonsten Italien, Griechenland und Österreich. Und Wales, das ist ganz spannend. Je nachdem, wie formstark die Italiener sind. Können sie hier und da ganz gerne mal, wenn sie zu viel lamentieren, auch an Griechenland und Österreich scheitern. Ich denke mal, Wales mit Gareth Bale. Doch, wahrscheinlich recht wenig Chancen. Wir gucken mal, ob der noch aktiv ist bei Wales. Jo, der läuft noch mit. Interessant, dass sie sich auf jeden Fall qualifiziert haben. Standen ja auch andere Mannschaften hier zur Auswahl. Akdogan mit der Türkei gegen Moldawien. Wieder gewonnen und wieder ein Tor erzielt. Wieder eine 2,5. Kacetis mit Griechenland fährt zur Europameisterschaft. Den sollten wir auf jeden Fall festhalten. Ansonsten haben wir leider keinen, der hier mit aktiv ist. Smalley verliert mit Schweden. Delhi verliert, ne, spielt unentschieden gegen Norwegen. Und unser Malteser, der Neville Montebello, verliert gegen Dänemark. Wen haben wir denn da so? Der Egger, der Lösel, der Beulesen. Wer kann der denn so? Mit einer 78 ist er der beste Feldspieler. Ich packe es ja kaum. Kann das sein? Norgat, Peter, Mats Pedersen, Beulesen im 79. Bei Ajax unter Vertrag. Linkes Mittelfeld. So Spieler könnte ich mir auch gut vorstellen. Hier solche Jungs und paar denen der Heuberg. Mittlerweile bei FC Barcelona angekommen. Viktor Fischer, ganz heißer Kerl. Da können wir nochmal zuschnappen. Da werden wir uns auch demnächst mal so ein bisschen orientieren an der Richtung hier. Ihn haben wir schon länger unter Beobachtung. Der Lukas Andersen, den könnte ich mir auch ganz gut nochmal vorstellen. Wäre auch alles so ein Bereich der Spielermaterial, wie wir uns vorstellen können als norddeutscher Klub mit direkter Nachbarschaft zu den Dänen. Denke ich mal, wäre das machbar. Wir können weiter ausbauen. Sollten aber die Renovierungen nochmal hier kurz die Woche mit in Betracht ziehen und das machen wir auch. Höflingen ist noch angeschlagen und Kolb fällt ebenfalls aus. Auswechsinfektionen. Die haben sich alle was abgeholt. Hier mal gucken, wer überhaupt fit ist jetzt am Samstag. Wie wir mal einsetzen können. Da machen wir noch die nächsten Renovierungsarbeiten. Und dann bauen wir natürlich wieder fleißig aus, was Trainingsanlagen angeht etc. Da stecken wir dieses Jahr unser Geld rein. Ist nun mal so, nächstes Jahr könnte das alles ein bisschen anders sein. Hab auch nicht vor diesem Winter groß zu investieren, sondern wirklich weiter unsere Kräfte zu involvieren hier, die wir haben. Auch wenn sich der eine oder andere da vielleicht nochmal einen teuren Transfer wünschen würde, sehe ich den erst nächstes Jahr. Um dann vielleicht nochmal ein bisschen weiter anzugreifen. Je nachdem wie wir uns entwickeln dieses Jahr. Hab da wirklich ein bisschen im Plan heute oder dieses Jahr vor. Und hoffe ein paar tolle Kräfte. Würden wir uns mal gut laufen lassen. Auf den habe ich gewartet, auf Tim Wiesel. Ich sage bloß Leute, der Hammer, der ist immer noch am Start. Egal wo, wir treffen ihn immer. Wiesel ist schon legendär. Also meine Lieben, ich freue mich aufs Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dem einen oder anderen würde es zum letzten Spieler aufgefallen sein. Ich habe die Hymne von Bremen wieder entfernt. Sie war mir Punkt 1 von der Aufnahme her zu leise. Punkt 2, nur mit Martinshorn wirklich so stimmungsreich wie in Bremen. Punkt 3, eine übernommene Hymne ist nie so richtig toll. Und deswegen fand ich unsere, die wir jetzt drin haben, unsere wackeligen Ladiladios, finde ich besser. Finde ich einfach passender. Und habe ich einfach jetzt jedem Spieler zugeteilt. Das passt soweit in Ordnung. Aber ich freue mich auf das Spiel. Wird spannend. Ganz kurze Anekdote habe ich oder ganz kurze Anekdote. Ihr habt sicherlich schon diese Folge so ein bisschen rausgehört. Und man glaubt es kaum. Aber ich freue mich jetzt schon wieder. Bei der laufenden Saison freue ich mich schon wieder auf die nächste Saison. Also es wird für alle vielleicht definitiv, die sich die Frage stellen, wie geht es weiter? Leute, es wird auch eine neunte Saison geben. Und auch wenn alles klappt, eine zehnte Saison. Wir schauen mal. Es läuft weiter. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Und auch wenn manchmal die Kommentare... Bei den Aufnahmen habe ich immer 110% Spaß. Verliert man manchmal so ein bisschen, wenn man viele Kommentare liest unter der Woche. Ein Teil, aber es gibt auch immer so ganz kleine tolle Spitzen zwischendrin. Wenn man zwischen den Zeilen liest überall, sieht man dann einfach, dass es auch sehr, sehr viele Zuschauer gibt. Treue Zuschauer, denen es richtig viel Spaß macht. Nach wie vor. Und zu denen gehöre ich auch. Mir macht es auch nach wie vor richtig viel Spaß. Und deswegen freue ich mich schon jetzt auf die kommende Saison und auf die Saison da drauf. Es wird locker, es wird hundertprozentig, wenn alles klappt und nicht irgendwas Technisches uns dazwischen geht oder dazwischen gefunkt wird, wird es auch eine zehnte Saison geben. Wir sind in der achten. Die neunte ist schon in Gedanken geplant und die zehnte mit voraussichtlich vielleicht auch. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Jetzt freue ich mich erstmal auf das Spiel. Tobi müssen wir auswechseln. Das steht fest. Das machen wir jetzt noch alles schön zurecht. Und den Brinkmann bringen wir rein. Wieder, ja klar, der muss mitlaufen. Ansonsten müssen wir hoffen, dass die Jungs hier... Wie gesagt, wir müssen an den Einsatzzeiten arbeiten. Das ist wichtig. Selbstverständlich machen wir aus einem Klamit oder einem Kulka noch keinen 70er-Nationalspieler. Das ist klar für dieses Jahr. Aber sie sollen in der Mannschaft mit drin sein. Sie sollen mitspielen. Sie sollen ihre Einsätze bekommen und auch die Chancen bekommen. Die Saison ist lang. Diese Saison ist schwierig. Und deswegen bleiben wir da auch einfach stabil. Sicherlich wird es auch schwer für uns. Wir werden nicht um den Aufstieg... Aufstieg ist ja Blödsinn. Wir werden nicht um die europäischen Plätze spielen. Kann ich mir kaum vorstellen. Wir werden dieses Jahr höchstwahrscheinlich nochmal. Schauen müssen, dass wir den Abstieg vermeiden. Aber das gehört dazu. So haben wir geplant. So sind auch unsere finanziellen Verhältnisse. Unser Topverdiener mit 1,4 Millionen. Das liegt so im Zweitliga-Niveau. Und das bauen wir weiter aus. Und verstärken die Infrastruktur. Verstärken die zweite Mannschaft weiter. Suchen uns Top-Talente. Und all das wird weiter ausgebaut. Und ich glaube, ich darf bald wieder Jugendspielernamen vergeben. Denn in der zweiten... Ich habe ja noch ein paar in unserer ewigen Liste. Reuter Aktion. Da müssen wir ganz kurz mal hier Spieler-Info. Da müssen wir mal kurz einen anderen Mentor geben. Wenn ihr nichts dagegen habt. Ach, da unten ist es ja. Neustädter, den dürfen wir gar keinem mehr zugeben. Montero. Passt doch ganz gut. Der Yoshi ist das. Genau. Joshua. Yoshi Reuter. Guck mal hier. Der Vincent Boree. Der kommt auch noch bald in die Mannschaft. Hier in der B-Jugend haben wir wieder massig neue Spieler. Christian Helms ist neu. Wie gesagt, ich verteile hier noch fleißig Namen. Den Holländer müssen wir leider weggeben. Roten. Nicht zu verwechseln mit Robby Rotten. Nicht zu verwechseln. Spielerinformation. Ja, nach Hause schicken. Klar, ein Stern. Ihr wisst Bescheid. Das ist nicht mit Perspektive bei uns. Aber ihr habt gesehen, wir haben schon wieder ordentlich aufgefüllt hier die Mannschaft. Zweieinhalb Stunden lasse ich drin. Einfach um die Mannschaft vollzukriegen. Da wird noch ein bisschen Spielernamen verteilt. Ohne jetzt vorhandene zu wechseln. Aber ich kann mir auch nicht alle merken. Da wird es natürlich nochmal so ein lustiges Gemische geben. Ansonsten gehen wir mal in die zweite Mannschaft rein. Ist ein längerer Nachbericht heute. Und deswegen denke ich, werde ich ihn auch separat hochladen. Also einen Folgetag. Ansonsten schaue ich mal kurz, was uns hier noch fehlt. Ja, ihr seht ein bisschen Potenzialnot. Montebello spielt schon Stamm. Da freue ich mich auch drauf. Der spielt ja schon Nationalspieler mit Malta. Klar, nicht wettbewerbsfähig, was die großen europäischen Fußballmächte angeht. Aber ist in Ordnung. Hat schon fünf Spiele für Nationalmannschaft gemacht. Das darf man nicht unterschätzen. Das bringt massig Erfahrung mit sich. Da wird er auf jeden Fall steil gehen. Ansonsten schauen wir mal, wie es läuft. Wir gehen mal kurz in die Ergebnisse rein. Und die aktuelle Tabellensituation. 11 Punkte. Schleswig hat 14. Wir probieren es ja jedes Jahr, da voranzukommen. Ich denke mal, wenn die Jungs sich noch ein bisschen fangen, geht da noch was. Auf jeden Fall. Dieses Jahr mache ich auch nicht diesen Fauxpas. Dass ich da Jungs reinwähle von der ersten Mannschaft, um da mitzuhelfen. Hat ja gar nichts gebracht. Schade eigentlich. Gut, aber kein Problem. Dann natürlich habe ich mittlerweile, ihr seht unten links, die verliehenen Spieler. Wie es denen so geht, habe ich da mal alles eingefügt. Ihr seht, die Formkurve, die Pfeile zeigen alle nach oben. Alles in Ordnung. Skelettrin leider nur sieben Punkte bei Neumünster. Müsste der sein. Hoffenheim, Mainz und Bayern. Alles soweit in Ordnung. Mal schauen, wie sie Einsatzzeiten kriegen. Da bin ich auch gespannt, wenn sie wieder zurückkommen. Was da so passiert. Das können wir auch mal aufmachen. Hier sehen wir es. Die Entwicklung, Gehaltsübernahme, eine Durchschnittsnote 3,5 bei Skelettrin. Öscherack noch keine Einsatzzeit. Mal schauen, wie das wird. Alte Stärke 67, neue Stärke 69. Skelettrin. Also alles momentan ein Plus, was die Stärke angeht. Selbstverständlich ist der eine oder andere davon nicht überzeugt. Aber ich denke mal, da müssen wir uns jetzt auch keinen Strick draus drehen. Und daran mache ich das Saisonergebnis nicht fest an den Geschichten. Einfach mal probieren, ein bisschen zu verleihen. Das sind doch tolle Geschichten, wenn sie an Erstligisten verliehen werden. Ist doch gar kein Problem für uns. So, Michalski ist wieder fit. Das passt auch. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt gegen Bremen. Kurze Taktik-Check. Konterspiel ist wichtig. Auswärts wird nicht einfach. Das wissen wir. Jungs müssen wir ein bisschen fit quatschen, denke ich. Da können wir noch ein bisschen was tun. Du tritt ein super letztes Spiel zu KZ. Die ist gerade auch die Qualifikation der Nationalmannschaft. Da hat er auch fleißig mitgeholfen. Das darf man ja auch nicht unbeachtet lassen. Da sammelt er auch so ein junger Spieler, wo er nicht mehr der Jüngste ist. Aber er ist halt noch nicht am Ende seiner Karriere, sondern mehr oder weniger am Anfang. Und da sammelt er natürlich auch massig Erfahrung, Selbstvertrauen und Verständnis. Und natürlich auch mit einem taktischen Verständnis. Wenn er eine andere Mannschaft spielt und da wahrscheinlich auch eine andere Taktik-Auslegung spielen muss, darf, ist es ja nur förderlich dann auch für den Verein. Und gerade für uns. Wenn unsere Spieler internationale Erfahrung sammeln, ist das perfekt. Hier müssen wir halt hoffen, dass da nochmal ein bisschen Frische reinkommt bei Agdogan. Aber ohne ihn können wir auch nicht. Das steht fest, er ist unser nominell stärkster Stürmer. Und da müssen wir auch hoffen, dass wir die Verletzungen vermeiden, ganz klar. Ansonsten Ballas hat letztes Spiel auch gemacht, war gar nicht so schlecht. Und Leidig. Ne, können wir nicht, bringt man. Können wir nicht mehr. Wir sind durch, Leute. Dann gibt es an der Stelle von mir ein Speichern und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.